Das war Master of Time. Ah, 5 Sekunden. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Vor dem Spiel gibt es bisher nur 6 Teile und es wird auch wahrscheinlich bei 6 Teilen bleiben. Wobei ich gerne nochmal irgendwie 1,2,3 DS hätte. Jetzt keine Fahnen. Ja doch, das macht irgendwie schon Spaß. Auch wenn es später irgendwie echt krank wird, aber dann... Ich glaube, im 6. Teil hatte ich echt Probleme mit einem Zwischenruß. Ja. Und hier kann man ja auch ganz leicht gewonhitzt werden. I'm still looking for mystery data. Oh, I want more money. Dann können wir nämlich irgendwann auch Megaman verbessern. Dann kriegt er zum Beispiel mehr HP und mehr Angriffsstärke und so. Wobei es natürlich auch reicht, hier einfach Viren zu kloppen. Wobei ich eigentlich auch keine Ahnung habe, ob das jetzt stimmt im ersten Teil, ob das alles schon möglich war. Äh, so. Wobei, nee. Das geht auch so. Schwupp, weg war's. Ich hoffe inständig, dass der Ton nicht abfuckt. Ich glaube, die Area hatten wir da mal clean. Und hier wollte ich noch ein bisschen schauen. Ob wir noch irgendwas vergessen haben. Und Training brauchen wir sowieso. Ja, bitte. Ja. Ja. Au. Nicht stehen bleiben, Megaman. Aua. Na, jetzt tun wir doofe Dinge. Indem wir einfach in die gegnerischen Attacken reinlaufen. Weil es total nicht vermeidbar wäre. This way, please. Da geht es einmal um die Ecke. Okay. Gibt es hier sonst nichts mehr? Ich hätte das irgendwie viel größer in Erinnerung. Naja. Was? Doch, ja. Please. Let me out of here. Mail is home now. We just finished playing with her. Greenery really helps me to relax. Lündern wir mal in den Kühlschrank. It would be rude to open to someone else's. Ja. Console. Doesn't have a jackpot. Er, polja. Lern, what's up? Don't go peeking in my room now. We will freaking do that now. The power is off. It's not. There's nothing in a trash bin. Why does it have a trash bin if there's nothing on the trash bin? You're seriously? Oh, we can't go up. Mail's bed is at the top of the ladder. Mirror. A big mirror. Mail. Use it every morning. This toy was... But... Last year it has a... Oh. Check-in. Check-in. What a Siri. Hello there. I'm the voice control program for this toy. Please play with me. Things like that. I'm happy. I'm happy. HP memory. Ugh. I hate this. Oh god. There is a reason for hating this shitty thing. Ja, genau das ist der Grund, warum ich das Teil hasse. Es gibt eine viel Schlimmere. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Das Vieh habe ich jetzt noch gebraucht. Okay, das haben wir noch gut erwischt. Fuck! Oh! Ah, unsere Plattform ist kaputt. Ich bist du. Ah! My poor little heart. War das alles? Seriously? Es kommt jetzt! Es kommt! Hate it! Ich weiß nicht mehr, was die machen. Die lecken mich ab! Ja, 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 ja! I remember now. Jetzt habe ich mein Schwert umsonst benutzt. Ich würde jetzt gerne eins von den Viechern endlich tot haben. Ich würde jetzt gerne eins von den Viechern endlich tot haben. Nichts! Nix! Ah! Lästig! Es hat fast eine Minute schon wieder gedauert hier. Ja, lass uns mal hier rausgehen. what's up? Still nothing new? Ja, auch in dieses lustige Dings können wir uns einlinken. Oh, Mikrofon! Don't do it! Ich weiß gar nicht, ob hier was besonderes war. Ah! Don't do it! Okay, noch hab ich! No problem at all! Das ist eigentlich total unnötig. Ich hab ein Pünktchen, zieh mir den Pion noch so ab. Ich hab mein Mikro hier wieder verabschiedet. Okay. Okay. Piu, piu, piu! Ja. Mal testen, ob das auch... Ja, geht auch von hier. Wenn man praktisch steht. Nice. Oh, Mystery Daja. Recover! Und... Wir haben jetzt den Internet Access Point. Und damit können wir auch wieder rausgehen. Wieso? 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 No one home! Ich glaube, hier können wir nochmal gegen Guts, Man und Dex antreten. ... 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 Upgrade Gutsman. Okay. Dann testen wir das. So. Die Viren hier oder in der Konsole waren echt doof. Okay, da sind die. Ach, das sind die Teile. Das ist die verbesserte Version, ja, ja. So rum, bitte. Hey, guck mich an, wenn ich dich schlage. Ja, das steht jetzt leider so drüben gefangen. Dann kann ich weg. Ja, ja, das sind die kleinen, doofen Finger. Oh. Ja, das war wahrscheinlich, ich glaube, es war in der Spielekonsole, wo man diese bösartigen Viren hatte, die sich einfach töten. Zumindest sind sie hier noch nicht. Und ich glaube, ich hatte dann die verbesserte Version von diesem lustigen Geist, der einen ableckt. Okay, dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Und, äh, we can't try it dead. Werde ich aber gleich nochmal speichern. Ich glaube, ich glaube, das war echt schwer. Ich hoffe, ich treffe keine von den blöden Viechern. Wenn playing games, be sure to turn on the light and don't sit too close to the TV. Wenn playing for a long time, be sure to rest every hour. Don't play over. Oh, ja, gleich kriege ich so ein Mistvieh. Oh, ich hätte gerne mal was mit Damage. Oh, das hat mir... Ja. Töte mich bitte nicht. Drecksvieh macht so viel Damage. Jaaa. Puh. Escape, bitte. Das ist mir doch ein bisschen zu hardcore. Und we need more HP. Guck, dass... Äh, die zwei gehen wieder. Oh! Au, das tat weh, obwohl es schon weg war. Au, wie assig ist denn das? Wenn wir jetzt auf dieser hinteren Plattform stehen würden, wären wir jetzt gearscht. Dann könnten wir nicht mehr weg. Quake. Äh. Der ist was. Das war's schon. Games keep getting better and better. Sure keeps me busy. Verschwinden wir mal ganz schnell wieder. Und lassen uns vom Auto anfahren. Hm. Gehen wir doch mal zu diesem fetten, reichen Haus da hin. escribete. Äh. Ja. A creepy looking doll. A telephone. Check-in. Da liegt schon was Oh, Geld Okay, was wart ihr? Oh Okay Interessant Die Fischer gehen aber noch Ah, noch mehr Zeug Ja Weil ich nicht mehr weiß, davon gab es später auch eine verbesserte Version Kann ich gerade nichts mehr zu sagen Was? Ach genau, die benutzen ja auch das Zeug Aber ist gar nicht so doof, wenn sie so näher rankommen Noch eins Oh Hm, Stunt Escape Escape, immer mehr Na? Ja, sie ist ein bisschen tough, aber sie ist wirklich ganz gentle Ich weiß, ich höre all of ihr phonecords Das ist almost stalking Das wäre so creepy Wenn das real wäre Young people should spend a lot of time on the phone I guess there are some things that you can't say in person Don't know A gorgeous mirror here gets ready in the morning here A portrait of the eye Not in the best of taste There's a jack-in port Yay Selbst Bilder am internet Ah, okay I see Very warm-looking Blanket Must feel great in winter Oh, das ist schon geguckt Is filled with small dolls Head of some mysterious animal Cup mod with china Another popular toy What? You can chuck a jack-in into some of these But not in debt A small desk made to your eyes sides You know I'm still You got money And no friends For you telling me all that crap again I wish that I could be Have been born rich like Yay But I would want to keep the parents that I have Oh, that's so cute So What else should we do Probably going home Getting some snacks New snack? We can hit the sack What do you say? Ja, dann Safe And All right And Good night And And I I I Vielen Dank.